...untreffer, umzusetzen. Könnte noch ganz interessant werden, zumal ja auch ganz schlinderweise an das 4 zu 5... Wahrscheinlich ein bisschen vom Rahmen weg. ...vor gut einem Jahr, als man nach einem 1 zu 4 vorübergehend ausgleichen konnte, dann hat man aber dennoch verloren, und das war wohl leider ein Unterzahlbar, weil Mertesacker rot sah. Ja. Die Zoll ist noch nicht so stark. ... 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